Hier ist was los. Kein Moment der Ruhe? Naja, ich will es halt nicht auf dem letzten Drücker machen. Und jetzt habe ich noch die Möglichkeit, Sachen wie Decken oder die Luftmatratze an Bedürftige weiterzugeben. Gegen Abend schwieriger. Und er, der da vorne auf der Bank liegt, der kann definitiv Sachen gebrauchen. Den haben wir auch jeden Abend mit eingeladen. Wir haben dich bei uns am Feuer, isst was, trinkt was. Also ihr seid sozial. Nein, nein. Das ist nicht sozial. In meinen Augen ist das normal. In meinen Augen ist das ganz normales menschliches Verhalten. Das hat nicht mit besonders sozial oder irgendwie herausragend altruistisch zu tun. Bullshit. Und das bricht wieder alles auf den einfachen Punkt herunter, den ich dir ganz am Anfang genannt hatte. Es geht nicht mehr um irgendwelchen Bullshit, es geht nur um richtig und falsch. Hört auf euren verdammten moralischen Kompass. Den habt ihr alle. Und ich weiß, man kann nicht die ganze Welt retten, aber man kann zu sein, dass man seine eigenen kleinen 5 Quadratmeter, seinen beschissenen Dunstkreis, irgendwie zu einem besseren Ort macht. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, oder hatte ich von Anfang an, aber ich werde jetzt die nächsten zwei Nächte im Wohnwagen oder in einem Auto verbringen, weil es einfach unter den gegebenen Umständen, die hier herrschen, zu risikoreich ist. Weil, sollte sich hier wirklich einer erdreisten, an dieses Feld zu gehen, während ich schlafe, kann ich mich nicht wehren, ich bin im Schlafsack. Und wir sind halt nun mal an dem Punkt, wo man damit rechnen muss. Das ist so traurig, wie das ist. Ich meine, wir hatten hier gestern einen... Auf welcher Höhe steht die Feuertorte ungefähr? Ungefähr 180 Meter in die Richtung. Weil wir holen die gleich schon mal, weil dann können wir uns auch schon mal das Roller brennen lassen. Ja, 180 Meter in die Richtung. Genau, perfekt. Sogar ziemlich genau, weil ich mit der Tier-App den Roller daneben geortet habe. Was hattet ihr für einen Fall? Bitte? Was hattet ihr für einen Fall? Naja, dass uns hier gestern einer ausgehorcht hat. Der ist gegen halb zwölf, ist der mit seinem Auto hier neben gefahren, hat das Auto abgeschält, Fenster runtergekurbelt und stand eine Stunde neben dem Wohnwagen, wenn wir hier waren. Und woran hast du festgemacht, dass er euch ausgehorcht hat? Naja, wenn da jemand alleine im Fahrzeug sitzt, neben dem Wohnwagen stehend, mit untergelassener Scheibe und nichts macht immer eine Stunde, ist er halt nicht unbedingt getarnt. Das gebietet dann gesunder Menschen verstanden, mal zu hinterfragen, was da los ist. Wenn er wenigstens mit irgendwen telefoniert hätte oder irgendwas gemacht hätte. Aber das stellt sich doch nicht einfach so. Ich meine, wie oft hast du dich irgendwo hingestellt, im Auto, bei Winter, mit offenem Fenster und hast im Auto gesessen, über eine Stunde. Nie, nie? Genau. Das passiert nicht. Was hast du heute noch vor? Naja, das was ich über habe, verteilen. Ich denke, ich werde nachher noch mit einer Tasche voller Decken zur Bahnhofsmission gehen. Die können wahrscheinlich Decken am ehesten noch gebrauchen. Ich glaube, schlauer ist es, wenn ich vorher mal anrufe, bevor ich den Scheiß da inschleppe und die Lager voll knall. Ähm, dann werde ich zusehen, dass ich die ISO-Lationsdinger an Bedürftige verteile. Ich habe hier ein paar ausgemacht. Mein R da hinten, dann ist in die Richtung, da ist eine Schutthalter, da sind auch zwei Zelte. Und der Typ, der an der Bushaltestelle vor dem Bundestag liegt, der wird auch was brauchen. Weil ich kann das alles halt nicht mit nach Hause schleppen. Ich bin halt mit dem Zug. Ich habe halt nur zwei Arme. Und ja. Ich sag so ganz ehrlich, ich könnte heulen. Ich könnte heulen, weil, äh... Ne, es fühlt sich an, als hätten wir die Berliner enttäuscht. Allein, dass nach der Demo der Großteil der Leute direkt wieder gefahren ist, das hätten sie sparen können. Ganz ehrlich, ich... Ne. Ne, ne. Und das... Dieses gesamte Zusammenspiel, was hier läuft. Dieses... Spiel aus Missgunst und Intrigen zeigt mir wieder, dass diese Lobbyverbände niemals unser Freund waren, niemals für uns da waren. Diese Lobbyverbände dienen nur dem eigenen Selbstzweck und dem Erhalt verfestigter Machtstruktur. Und, äh... Ja. Im Grunde genommen, äh... Wenn, selbst wenn wir die Flügel streichen, äh... Die Segel streichen. Das ist ja nicht, dass wir aufhören mit unserem Protest. Ähm... Es wird weitergehen im Folgen von zivilen Ungehorsam. Und, äh... Aufklärungsarbeit. Ich... Ich werde mich zu Hause auch nochmal hinsetzen und nochmal weit tiefgehend recherchieren. Über die Verbindung hinter den Bauernverbänden. Weil, so aus dem Stegreif kann ich nur das wiedergeben, was ich irgendwo aufgeschnappt und dann halt durch Nachschlagen verifiziert habe. Aber es gibt noch viel, viel mehr. Also du willst jetzt richtig einsteigen, tief einsteigen ins Thema? Irgendeiner muss es tun. Irgendeiner muss es tun. Und, ähm... Die meisten meiner, äh... Berufskollegen, also... Die meisten der Leute, die hier teilgenommen haben, streichen wir als Berufskollegen, haben gar nicht die Zeit und gar nicht die Ressourcen, um sich darüber schlau zu machen, was unter den verschlossenen Türen passiert. Da sind eben einfach andere Sorgen vorhanden. Bei vielen sind es finanzielle Sorgen. Bei den meisten... Äh... Bei manch anderen sind es halt, ähm... Ja... Es ist halt die Arbeit, die Überlastung im Endeffekt. Weil... Wir sehen es ja in allen Bereichen. Es fehlen überall die Arbeitskräfte. Es wird ja mal behauptet, wir hatten einen Fachkräftemangel. Den haben wir nicht. Wir haben einen Arbeitermangel. Es fehlt uns am... Facility-Manager nennt man das heute eher. Es fehlt uns an, ja, an einfachen Arbeitskräften. Nicht an Facharbeitern. Die haben wir genug. Davon haben wir so viele ausgebildete in den letzten Jahrzehnten. Das ist absoluter Blödsinn, was unsere Regierung da erzählt. Das ist halt nur ein weiteres Druckmittel, um uns, ja... gewisse Bahnen zu lenken. Weil, äh... Man sieht es ja überall fehlen Hilfskräfte. Es fehlen einfache Verkäufer, ne? An jedem Supermarkt, an jedem Bäcker sieht man Stellen gesucht und das sind keine Fachkräfte. Da sucht man keine Fachkräfte. Ich brauche für eine Bäckerei nicht unbedingt eine Bäckerei Fachverkäuferin. Gleich ist es 16 Uhr. Das wäre dann der Moment, wo du hättest zum Bahnhof gehen können. Ist die Entscheidung jetzt gefallen? Ja, ja, ja. Ich wurde gebeten von den Jungs zu bleiben, also bleibe ich. Okay, dann wird dich der Bahnhof heute nicht sehen. Nein. Aber vielleicht die Bahnhofsmissionen? Ja, die Bahnhofsmissionen. Also doch, der Bahnhof, ja. Okay, doch, der Bahnhof. Ja. Ja. Ja.